Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Und wenn die Adventszeit da ist, dann haben wir auch bald Weihnachten und dann kommt bald das Neujahr. Die Zeit der Wünsche, die Zeit der Pläne, die Zeit der guten Vorsätze. Um es direkt zu sagen, nein, ich habe keine Verbindungen zum Christkind. Mein Name ist Ulrike Winzer und statt zum Christkind habe ich eine Verbindung zur Andrea Kummer Redneragentur. Als Expertin, Rednerin und Moderatorin zeige ich Ihnen, wie Ihnen in unserer digitalen Welt Veränderung gelingt. In der Arbeitswelt und im Privatleben. Und weil die Fähigkeit, mutig mit Veränderungen umzugehen, nichts ist, was Sie mal eben ein- oder ausschalten können oder was Sie durch einen Klick auf einen Button aktivieren können, habe ich ein Workbook erstellt. 100 Tage, 100 Übungen. Das gibt es natürlich nur digital. Und das können Sie als Teilnehmer der Andrea Kummer Weihnachtsaktion gewinnen. Machen Sie mit, starten Sie bereits jetzt in Ihre Veränderung 2021. Und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen ein schönes und gesundes Weihnachtsfest. Vielen Dank.